Wenn es dir nicht so recht gelingt, dich in deine Meditationen zu versenken oder überhaupt gern zu meditieren oder dich überhaupt überwinden zu können zu meditieren, dann erwartest du wahrscheinlich viel zu viel von deinen Meditationen und von dir. Worum geht es bei einer Meditation? Es ist echt ganz simpel. Da geht es nur darum, dass du dein Gedankenkarussell beruhigst und in den Empfangsmodus gehst. Empfangsmodus bedeutet ganz einfach, dass du deine Intuition lauschen kannst, dass du empfangen kannst, was da an Ideen, an Inspirationen kommt, die nicht aus deinem Verstand kommen. Das heißt, wenn du meditieren möchtest, weil du in den Empfangsmodus kommen möchtest, weil du Ideen, Inspirationen empfangen möchtest, mach es dir nicht allzu schwer. Erwarte nicht großartige Visionen, wenn du meditierst, sondern konzentrier dich einfach aufs Gluckern der Heizung oder auf die Klimaanlage oder auf den Straßenverkehr, der draußen vorbeifährt. Konzentrier dich auf etwas Banales, auf etwas Langweiliges. Halt deinen Fokus aufrecht auf das und erwarte nichts. Und wenn du das oft tust, kommst du in den Empfangsmodus. Das heißt, deine Gedanken werden leiser und du selbst empfängst Inspiration. Darum geht es bei Meditation. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.